So, wir begrüßen heute zum Sparkassen Youngster Cup, alle Youngster, die heute in die Regatta fahren werden. Herzlich Willkommen, was ihr jetzt hört, das ist nachher die Melodie, die ihr hört, wenn ihr auf dem Siegertreffen stehen werdet. Die lasst mir herlaufen, ich hoffe, die gefällt euch. Wir begrüßen heute noch kein Vertreter der Sparkasse, aber die wird gleich kommen. Musik 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 So, was ist mal los? Der ist noch drin, nur jetzt. Ich gebe ihn raus. Der ist noch drin. Aber dann über den Musstuch jetzt mal wieder. Aber reicht das? Ja, ich habe nicht erreicht. Ich habe nicht erreicht, dass ich jetzt nicht mehr. Ja, ich mache das gleich mal in die Lade. Ich mache dir dann nur das Ruhstuch. Warte, warte, nein, nein, noch nicht, noch nicht. Ja, das wäre nicht ungeschickt. Das ist los. Und das eben nicht. Dann brauchst du mit. Ja, okay. Jetzt können wir piraten. Na bollys meiner Lade. Ladelschung. Geh lade. Oh, ne? Geh. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ihr kennt das alle? Dreieck, Linear und das Ganze zweimal. Zweimal. Dreieck, Linear, Dreieck, Linear. Vier Runden, mehr oder weniger. Wir wissen ja gar nicht, was auf uns zukommt. Ganz groß ist ganz gut. Wir haben schon verschiedene Strategien, gleich wie ich. Aber bei dem Wetter ist es natürlich eine extreme Herausforderung. Wir hatten ja überlegt, eine konzentrierte Aktion zu machen gegen die Peking. Jetzt aber die werden schnell. Da kommt nichts bei rum. Obwohl, bei Sonnenwind haben wir die noch nicht segeln. Vielleicht haben die keine Chance. Doch, doch. Die hatten ja ein dritten Ding hier letztens. Kommst du mal die Klemme von dem Polygestrecker aus? Thank you. Du hast ihn verhoben. Äh, nee. Ansonsten. Ja, wie gerne ist er schon? Das ist ja eingewickelt. Irgendwo hinkst du nicht. Das ist mal locker. Ich kann mal aufmachen. Aber ich kann mal aufmachen. In den Fall am Boden, da sind es nicht zu rein. Aber, die kümmern die ich nicht. Irgendwas läuft hier nicht. Ich muss dich nicht reingekommen. Ja. Ich schiefe einmal. Ob das alles gerade ist. Ja, da, Spielfalle haben wir uns hier mal eingeklemmt. Spielfalle! Spielfalle! Warte! Achtung! Das Spielfall ist frei. Damit das Spielfall ein bisschen anzieht. Ich ziehe es mal locker an, das Spielfall, so. Ja. So. Ja, dann habt ihr alles, hm? Kannst du gerade machen? Ja. Hören wir mal mit dir, oder? Wir hängen wieder auf dem Stehkörper mit der Kante. Einmal die Fock dicht, damit er rüber geht. So. Und jetzt gut. Runden die Vorleine rein. Wir brauchen einen Ausleger von der Bargau. So. 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 Es könnte sein, dass der jetzt noch... Siehst du aus, dass der noch... Ja, könnte sein. Dann haben wir noch ein Käppchen. Willst du noch ein Käppchen? Nein, danke. Aber es lässt jetzt ein bisschen nachlaufen, oder? Es lässt jetzt ein bisschen nachlaufen, oder? Wie würden wir denn jetzt stechen? Okay. Aber jetzt hat er ja nichts mehr. Ja, weil da ein Steuermann da nicht wirklich Bescheid muss. Ja, sehr gut. Ich bin da nicht wieder an den Kasten. Das ist so, wenn du einfach das... ...weil hier über den Kasten. Ja, 6 dann. Was ist das denn so? Ja, aber dann... ...irgends finden wir auch... Wir sollten einfach weiter fahren. ...wirft durch den Pflanzen. Ja, ich habe mich nicht gedacht. Ja, ich habe jetzt auch drauf, ja. An anderem. So, wie ist das, meine Schöpfung? Die Schöpfung ist hier aufgeregt. Und sich durch die Schöpfung. Und sich durch die Schöpfung. So, das ist die Schöpfung. Dass wir es hier irgendwie bei mir wollen. Um jetzt schon mal zu kümmern. Wir haben ein paar Pflanzen, ne? Ja. So, da holen wir doch mal ein paar Wandzeugen. Das ist ein Koppelchen. Ja, das ist ein Koppelchen. Ja, da sieht man ja riesig, da kommt ja schon irgendwo raus. Oh weh, da ist ja überhaupt was drin. So, pass mal auf, wir wick erstmal zu. Oh, das ist ja lausig-kalt. Ja, dann machen wir das. Das ist eine Kamera, wir sind doch hier im Fernsehen. Da muss man tot krank gucken. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, ja. Wie kommt's denn jetzt gleich auf die Füße oder was? So, und dann... Ja, und dann wollen wir mal gucken, was da drin ist. Na gut, ich muss hier ein Kopferband haben, ne? Mach gut, du bist ja wie der frische... Hallo. Hallo. So, wo warst du denn da? Ja, genau. Mach mal eben einmal den Kopf vorsichtig an. Vielleicht? Ja, das sieht doch mal gut aus. Ja, das sieht doch mal gut aus. Was passiert, wenn du nicht laufen kannst? Du wirst dann oben drauf gelegt. So. Boah, das ist ja eine der wichtigsten Sachen. Was passiert, wenn du nicht laufen kannst? Du wirst dann oben drauf gelegt. Ja, das wird aber nicht geschwimmen. Du wirst dann wieder zu strafen zu halten. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn sein? Das ist nicht schwanger. Ach so, ja. Spontan. Das war schon so jung. Das sieht so aus, als du denn geschwanger wärst. Ja, genau zum Schlaf. So. Gut. Jetzt müssen wir noch die Schwimmbette einschneiden. So, gut. Wir haben eine legende Flucht betrennend, das ist die Flucht. Ach so, das ist schon rot. So, das ist schon rot. So, das ist schon rot. Verrug. Vor Carmichael. Wie geht's denn hier? Du bist jetzt zu still hochzahlen? Ja. Ja? BÄHT? Jim! Wettes Papier ausfangenst du? Wir machen die Bücher! Platz, Tim Kohlschmidt und Justus Kaminski. Als Seglergut, als Opfergut, heute haben Sie auch als Opfer herhalten müssen. Mit einer schnellen Genesung waren Sie wieder unter uns. Und auch da nochmal herzlichen Dank dafür, dass Sie euch zur Verfügung gestellt haben. Und mindestens 60 Sekunden im kalten Wasser gewesen haben. Obwohl, so kalt war es ja gar nicht. Ganz genau. Aber ihr wurdet ja charmant gerettet. Da hattet ihr ja jemanden, der es gut gemacht hat. Ja, wir hatten gedacht, es kommt anders. Wir hatten gehofft, es kommt anders. Wir dachten, der bleibt mal bei uns. Aber wir müssen jetzt wieder für ein Jahr ihn abgeben. Aber ich weiß ganz genau, er hat ein würdiges Einjahres-Zuhause gefunden. Und jetzt werden beide bestimmt noch rätseln. Ja, wer ist denn, der Vater oder der Sohn ganz vorne? Ja, ich weiß es ja schon. Also, auf dem zweiten Platz ist ein Herr Hax auf jeden Fall. Das kann ich hier so weit sehen. Und ich glaube, heute hat Erfahrung, Erfahrung vor Jugend. Nämlich, zweiter Platz ist Simon Hax. Gratulation. Wie hast du das gemacht? Du bist so super gesegnet. Einfach Wort wollen wir natürlich von dir hören. Ich hab verlochen. Das war die Kindheit. Die Kindheit war so toll. Der zahlt ja das Brot. Ich darf ja nicht vor ihn. Das ist halt das Problem. Ah, so. Hier gibt es Abhängigkeiten noch. Hier gibt es Abhängigkeiten. Genießt das. Wir freuen uns auf das nächste Jahr, euch wieder dabei zu haben. Es ist riesig toll, auch hier von außen das zu sehen, wie toll ihr das macht, wie ihr reinfahrt. Es ist auch eine super Veranstaltung. Auf jeden Fall. Es macht immer wieder Spaß. Letztes Jahr schon. Dieses Jahr wieder im Wetter ein bisschen mehr Glück gehabt. Super. Prima. Toll, danke. Ja. Und jetzt auf dem ersten Platz. Routine hat gesiegt. Rainer Hax. Herzlichen Glückwunsch. Eine Riesenbereicherung für den Jachthof Höchstsee. Eine Riesenbereicherung für Dortmund. Eine Riesenbereicherung für Nordrhein-Westfalen. Deutschland liegt hier zu Füßen. Europa geht dir danken. Sehr schön. Vielen Dank. Und jetzt hier einmal den Kleinen zum Behalten und den hier fürs nächste Jahr wieder mitbringen und vielleicht nächster hier lassen. Hier wird es auch bewahrt. Ganz genau. Glückwunsch. Aber Rainer, komm, du musst uns jetzt ein paar Worte sagen, wie du das machst. Viel trainieren, viel segeln und wenn es geht, möglichst konzentriert mit dem Sohn trainieren. Das ist echt gut. Rentner sein und Zeit haben. Aber Rainer, du warst jetzt auf den Bahamas sogar, habe ich gehört. Und da sind wie viele gestartet? 150? 132. 132. Und ich bin 36. von daher, ich habe gut trainiert und der Phoenixsee hat die gleichen Voraussetzungen wie die Bahamas. Wasser ist warm, die Wellen sind ähnlich hoch. Die Frauen sind genauso schön. Die Frauen sind genauso schön, selbstverständlich. Also, ich wünsche uns noch ein schönes Sommerfest und schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Vielen, vielen Dank. Es hat uns allen Spaß gemacht, die, die es organisiert haben. Auch hier nochmal herzlichen, herzlichen Dank an den Vorstand. Viele Stunden Arbeit waren hier drin, dass wir es auf die Beine gestellt haben. Und ja, das war wieder ein Ansporn auch fürs nächste Jahr. Also, jetzt geht's ab. Fritten, Currywurst, Bier und Nils hat jetzt die Cocktailbar auch auf. Alle Cocktails aus den Bahamas, kennst du alle. Sex on the Beach. Mach schon mal fertig. Ja, das ist das Stichwort für den folgenden Abend. Das soll das Motto fürs nächste Jahr sein. Ist klar, ist klar, ist klar. Deine Frau hat mit und du weißt es nicht. Okay. Oh, ich bin der Sohn. Lass rein. Fertig? Gut. Sehr schön. Gut laufen. Ja, das ist... Was?